Ich schaue mir jetzt den Kopf an und dann machen wir zwei Abdrücke, einen für die Kontur und einen mit Gips. Perfekt. Jetzt haben wir schon Abdrück Nummer eins. Der reicht mir eigentlich schon fast, aber ich würde gerne einen Formabdruck noch bei dir machen. Also mache ich eine Positivform und dann ist der Gipsabdruck, werde ich den aufschneiden und dann habe ich die perfekte Kopfform. Dann machen wir jetzt als erstes die Montur, bis die Perucke fertig ist und alles, haben wir zehn bis zwölf Wochen Produktionsdauer. Und das sind deine Haare? Ja. Wahnsinnig. Haar für Haar, wieder durchgezogen, keine Strähne. Das machen Deutsche normal nicht mehr. Ich habe früher eine Kollegin gekannt, die saß Tag und Nacht beim Knüpfen. Tag und Nacht, bis sie eine Perücke fertig gehabt hat. Ist man eigentlich dann so stolz, wenn so eine Perücke fertig ist und das an sie so denkt, das habe ich geschafft. Ja, ist mir der Stolz, klar. Geduld muss man haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017